Wenn das mal keine coole Tasse ist. Herzlich willkommen bei Holzmich.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Für die, die meine Videos regelmäßig schauen, erinnert euch doch noch, wir haben neulich diesen schönen Holzteller hier aus Birkenholz gedrechselt mit dieser Einlage. Und den habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal als Outdoor-Geschirr verwendet und bin echt zufrieden damit. Das ist aber am Teller alleine immer so eine Sache, da kann ich ja nur davon essen, aber ich würde auch gerne was trinken und dafür möchte ich heute mit euch so eine Birkenholz-Tasse machen. Solche Tassen kennen wahrscheinlich einige von euch, die nennen sich Kuxa-Tassen, kommen auch aus dem skandinavischen Raum, ich denke irgendwo aus Lapland, so als traditionelles Samengeschirr. Die zwei, die ich hier habe, habe ich auch nicht selber gemacht, die habe ich mitgebracht von Reisen. Mir gefallen die super gut, ich habe die hier auch schon mehrfach benutzt und die ist einfach super praktisch und liegt perfekt in der Hand. So eine Tasse zu bauen ist in der Tat was, was ich mir schon seit vielen, vielen Jahren vornehme und immer wieder vor mir her schiebe, weil ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sicher bin, wie man sowas macht. Wir lassen uns heute einfach darauf ankommen. Ich habe so Birkenholz-Kanteln, ich habe für alle Fälle gleich ein paar mehr besorgt, falls wir da was kaputt machen dabei. Ich würde sagen, wir legen einfach los, weil wenn wir nie anfangen damit, dann werden wir auch nie eine coole Tasse haben hernach. Also, ich hoffe ihr genießt das Video, Feuer frei! Jetzt schauen wir mal, im Prinzip ist da ja nicht so allzu viel dran, das heißt ihr seht, ihr habt hier die Aushöhlung von der Tasse, das ist außen so ein bisschen kugelig geformt und das ist hier so ein schöner Griff mit dran. Also der hier hat zwei Löcher, wo man mit den Fingern reinhackeln kann. Da muss ich mir nur überlegen, ob ich es so machen möchte oder anders. Ich habe auf jeden Fall so einen Holzklotz da, da wenn ich mir das angucke, die Tasse ist ein bisschen größer als der Klotz, das heißt unsere wird einen Ticken kleiner werden, aber im Prinzip brauchen wir irgendwo hier die Rundung und dann hier hinten in der Ecke die Aussparung für den Henkel. Dann gehe ich jetzt einfach mal zur Wandsäge und schneide mal die Konturen außen aus und dann schauen wir mal, wie wir das Loch innen reinkriegen. Wo ist jetzt die Tasse hin? Ja, ich bin mir jetzt Tiny-lä », jetzt habe ich mit der Tasse hin? So, dann schau' ich mir jetzt mal, wenn ich einen coloring erおgehebe. Abonnieren, dass ich dies auch nicht nur so ein bisschen mehr officehebrik, ich möchte aber nicht schau' ich, dass ich meine Tasse hin. Aber dann sind die Tasse hier so ein bisschen zuerstes, mich eine Tasse, die Tasse ist, dass ich das Schäufe an, ich gebe es dir, wenn es nicht nur ein paar Tasse ist, ich gebe es auch nicht. So, ich gebe es gerade, ich gebe es einen Tasse. Hier denke ich habe, die Tasse ist halt, und ich habe eine gute Tasse ist, man kann sie hinein. Musik 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 Wir werden jetzt hier Stück für Stück diese ganzen Katze ausprobieren, das ist echt lustig Musik 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 Also ich habe jetzt alles bis Körnung 240 geschliffen und danach nochmal mit so einer Schleifvliesmatte ein bisschen die Oberfläche anpoliert. Ich muss sagen, die Tasse liegt echt gut in der Hand, sehr angenehm, gefällt mir gut, steht auch solide. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen Oberflächenversiegelung, da nehme ich das Gleiche her wie für diesen Teller auch, das scheint sich echt ganz gut zu behaupten. Da habe ich auch schon dastehen und dann bin ich echt gespannt, wie die Tasse dann aussieht. Musik Also das war jetzt mal so ein kleineres Projekt, ich würde sagen, das ist ideal für so einen regnerischen Nachmittag, wo man mal irgendwie so zwei Stunden Zeit hat. Dann kann man sich so eine Tasse bauen, ich muss sagen, mir gefällt das kleine Ding echt fantastisch. Und ich werde jetzt dann im Anschluss, glaube ich, mal einen Kaffee daraus trinken, sozusagen zur Einweihung. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich habe euch vielleicht auch so ein bisschen inspiriert dazu. Probiert das auch mal aus. Das ist gar nicht so schwer, ihr braucht eigentlich überhaupt kein so spezielleres Werkzeug dazu, sondern hauptsächlich ein bisschen Geduld. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns beim nächsten Film. Macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.